Die neue Dimension der NSE-Affäre für einige in der Union besteht kein Grund zur Aufregung. Im Gegenteil. Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSE und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals.